Herzlich Willkommen bei Update Fitness. Auch mehr macht uns Gedanken, wie wir uns die Digitalisierung zum Nutzen machen könnten. Zum einen bei Abläufe der Administration, bei Sand und Remenau machen, aber zum anderen gibt es noch ganz anderes Potenzial. Wir sind seit einem Jahr an einem neuen Projekt dran, bei den fernbetreuten Anlagen und das möchte ich euch in der Folge gerne zeigen, was hinter dem Begriff dahinter ist und vor allem welches Potenzial wir in diesen fernbetreuten Anlagen sehen. Wir wollen nicht, dass Leute auf der Fläche trainieren und kein Trainer präsent ist. Gleichzeitig aber haben wir das Bedürfnis von Gästen und spüren das Bedürfnis von Gästen, dass wir längere Öffnungszeit haben. Dementsprechend ist das neue Angebot entstanden, dass wir hier in dieser Zentrale neu einen Coach haben, der mehrere Anlagen begleiten kann und nur hier ist, um Fragen zu beantworten, das Training zu überwachen, das Training zu begleiten und für unsere Gäste stehen, wie immer. Einfach nicht physisch im Standort draussen, sondern hier in unserer Zentrale.